Die Kooperation besteht ja schon seit längerem und ich finde es einfach eine notwendige Sache, dass sich die, die sich den Bruckner verpflichtet fühlen, zusammentun und miteinander was machen und wir sind sehr froh von St. Florian aus, dass wir in der Hauptstadt, in der Landeshauptstadt, damit auch besser Fuß fassen können. Ob es jetzt mit der Werbung ist oder mit dem Kartenverkauf, das ist uns, da sind wir ganz dankbar dafür.